Steven, herzlich willkommen in Köln. Wie waren die letzten Tage hier für dich schon? Ja, die letzten Tage waren anstrengend mit Wohnungsbesichtigung und allem. Dass Köln eine schöne Stadt ist, wusste ich von vornherein. Aber dass es so schwer ist eine Wohnung zu finden, nicht. Ich habe mich ganz gut eingelebt. Meine Freundin, meine schwangere Freundin ist auch bei. So verbringen wir im Moment die Zeit, vom Hotel zum Training, Wohnungsbesichtigung. Wie ist dein erster Eindruck von der Fortuna und von Köln als Stadt? Dadurch, dass nicht mein erstes Drittliga-Jahr ist, weiß ich ja, wie der Verein ungefähr funktioniert, was hier los ist. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe mich darauf gefreut. Ich wollte die neue Herausforderung auch annehmen und ich freue mich, hier zu sein. Wie hast du die Fortuna in den letzten Jahren wahrgenommen? Letztes Jahr haben wir uns sehr lange einen Kampf mit der Fortuna auch geliefert. Da waren noch andere Vereine bei. Aber auch die Fortuna hat eine sehr gute Saison gespielt. Und alles in allem ist das, was die Fortuna geschafft hat. Auch mit dem damals sehr, sehr knappen Sieg in der Relegation. Bis heute, glaube ich, hat man sich als starker Drittligist etabliert. Und wer weiß, vielleicht schafft man ja irgendwann den Sprung nochmal eine Liga höher. Sonntag steht direkt das erste Spiel gegen Jena an. Was erwartest du von dem Spiel und inwiefern kann man mit dir am Sonntag schon rechnen? Inwiefern man mit mir rechnen kann, entscheidet der Trainer. Es ist klar, dass ich hergekommen bin, um zu spielen. Aber wie schnell das geht und wie schnell ich der Mannschaft helfen kann, das ist bestimmt einzig und allein der Trainer. Ich glaube, dass es wie jedes Spiel dieses Jahr in der 3. Liga sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Jede Mannschaft kann jede andere schlagen. Und deshalb müssen wir alles in die Waagschale werfen, um zu hoffen, dass wir am Ende die drei Punkte hier behalten. Danke.